Hallo, ich bin Alina Fehlbach von Holzporzellan. Heute möchte ich Ihnen unsere Tassenserie Italiano vorstellen. Diese Tassenserie verkörpert in Form, Funktion und Qualität den typischen italienischen Kaffeegenuss. Das Design der Tassen Italiano wird durch eine ganz besondere Funktion geprägt. Der halbhohe, dickwandig ausgeprägte Tassenkörper verjüngt sich nach innen hin zum Boden zu einem dezent geschwungenen Tassenboden. Diese Funktion ermöglicht der Crema langsam über die Wandung in den Tassenkörper einzufließen und verleiht der Röstung so ihr einzigartiges Aroma. Sehen Sie, die perfekte Cremaschicht. Die Serie Italiano besteht aus insgesamt drei Tassengrößen. Hier haben wir einmal unsere Espresso-Tasse IT001. In ihr passen Strichwoll 0,08 Liter und sie hat ein Spülmaß von 8 cm. In der Mitte haben wir einmal unsere Cappuccino-Tasse IT004. In sie passen Strichwoll 0,18 Liter und sie hat ein Spülmaß von 10,1 cm. Zur guter Letzt haben wir hier einmal die Milchkaffeetasse IT005. In ihr passen Strichwoll 0,35 Liter und sie hat ein Spülmaß von 12,3 cm. Vorgewärmt haben die Tassen der Serie Italiano die mit Abstand längste Wärmespeicherfähigkeit aller Holztassen. Dies ist besonders wichtig, da jeder Gast einen heißen Kaffee genießen möchte. Die Tassen der Serie Italiano sind aus echtem Hartporzellan und haben eine Kantenschlagfestigkeit. Wie Sie sehen und hören, ist das ideal für den anspruchsvollen Gastronomieeinsatz. Die Tassenserie Italiano gehört nicht zu der Kategorie der klassischen Stapeltassen. Dennoch lassen sich bis zu drei Tassen aufeinander stapeln. Eine weitere Besonderheit der Italiano-Tassen liegt an dem Blockhenkel, in dem man nicht seinen Finger steckt, sondern die Tasse mit ihm zum Mund führt. Wir empfehlen die Porzellantasten Italiano besonders für die professionelle Kaffeeausgabe aus Siedriggermaschinen und für alle, für die Kaffee nicht nur ein Aufgussgetränk ist. Und damit Tschüss bis zum nächsten Mal, Ihre Alina Fehlbach.